Musik 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 Was mich versteht immer ganz gut. Wie sieht es bei mir aus? Wunderbar. Ich habe ja eigentlich auch Erfahrung. Habe ich auch. Hauptsache, dann lass es nehmen. Ja, hervorragend. Ja, ja. Machen wir mal. Das ist eine Erinnerung. Ich stecke mich mal so dahin. So. Ich habe zu Hause Fragen aufgehört. Was vielleicht? Ja, pass auf. Wir machen doch erst mal so. Vielleicht stellst du dich erst mal für die zwei, drei Leute vor, die nicht wissen, wer du bist. Was du eigentlich so den Tag drüber machst. Also ich kann vielleicht eben anfangen. Sie hat mir vorgestern, glaube ich, eine E-Mail um elf Uhr abends geschrieben. Sie wollte noch mal gerne irgendwie ein paar Notizen. Dann habe ich ihr um halb zwölf das Kripp geschickt. Um fünf Uhr morgens schickt sie dann zurück. Dankeschön.